Ja, liebe Freunde, Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ist das nicht ein toller Anblick? Ich gehe mal ganz vorsichtig hier bis vor an die Kante. Ach, kranke Scheiße. Das ist eine tolle Aussicht. Wow, Sonne geht auf. Und unter uns der Abgrund. Meine Fresse, ist das ein Anblick. Ah, immer wieder schön, das zu sehen. Ja, da hinten passiert jetzt natürlich mit den Feldern auch gerade gar nichts, weil wir ja nicht in diesem Junk drin sind. Da sehen wir nur das gerupfte Gras. Da sind also die Schafe. Die Tiere werden hier gar nicht mehr dargestellt aus der Entfernung. Genau wieder unten unser Hühnergehege. Ach ja, herrlich. Es ist schon immer wieder schön, wirklich das hier alles zu sehen, was wir hier die ganzen Jahre gebaut haben. Und jetzt hier oben stehen und, ja, uns ein bisschen gerade Gedanken drüber machen, wie das hier weitergehen soll. Also das müssen wir auf jeden Fall zumachen. Und aber auch hier. So, und jetzt gehen wir wieder zwei nach innen. Und jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Wenn wir auch hier zwei nach innen gehen. Und auch hier, das sind quasi die Eckpfeiler. Dann könnte man oder würde man oder würde ich jetzt sagen, dass wir das hier mit Glas packen. Das erstmal so. So. Hier kommt nochmal eine Türe rein. Die hatten wir ja schon dabei. Ja, und da müssen wir uns über das Inlay quasi Gedanken machen. Jetzt erstmal hoffen, dass wir uns mit den Zäunen wirklich nicht verzählt haben. Ah, ich glaube, wir haben uns verzählt. Aber komplett. Mal sehen. Ne. Sollte reichen. Das reicht. Gut. Super. Da war es doch richtig. Es sah erst gerade ein bisschen mehr aus, als wir hatten. Jetzt haben wir sogar noch zehn über. Kein Problem. Können wir einlagern später. Ja. Jetzt sind wir also hier auf diesem Niveau. Jetzt haben wir allerdings, jetzt habe ich das Allerwichtigste fast vergessen. Wir müssen ja hier noch Wasser drüber fließen lassen. Die Frage ist, geht das auch so? Ja. Das geht auch so. Wir können das hier geschmeidig. Ja, können wir. Der Zaun spielt da keine Geige. Das ist jetzt alles das, was jetzt noch hier Trockenbeton ist. Bestenfalls zu Beton noch umgewandelt wird. Weil wir das ja jetzt die ganzen zwölf Etagen nicht gemacht haben. Das heißt, das müssen wir da erst mal ein bisschen runterfließen lassen. Sollte aber kein Thema sein. Ich hoffe, das funktioniert soweit alles. Ist ja auch kein Staatsakt mehr. Boah. Alter, wie die Heizung hier einfach ballert. Ich war gerade mal in der Aufnahmepause. Zwischen der letzten und dieser Folge hier. Draußen eine Rauchen auf dem Balkon. Es ist echt ganz schön kalt geworden, ey. Und so. Stand der Aufnahme. Minus fünf Grad. Ganz schön knackig. Aber natürlich auch eine geile Luft. Ist mir, habe ich ja schon mal angesprochen, ist mir alle mal lieber als so ein Matschwetter hier. So mit plus fünf Grad und Regen und Wind und so. Das ist eine ganz andere Kälte. Ja, jetzt erst mal wieder aufheizen. Wie gesagt, die Heizung ist krachend heiß eigentlich. Kann ja mit einem Ellenbogen links da gar nicht drankommen. Die Katze, die pennt hier drauf. Die juckt das überhaupt nicht. Ist zwar meistens auch nicht lange. Dann geht die auch wieder runter. Wird dann doch ein bisschen warm ans Näschen wahrscheinlich. Aber schon krass. Ja, in der Wohnung haben wir geschmeidige 18 Grad. Das passt. Ja, da geht sie schon wieder. Da geht, tappt sie schon wieder runter. Das war jetzt doch zu viel des Guten, glaube ich. So, jetzt also noch mal dazu. Hier haben wir gesagt, Glas. Ja, und jetzt ist natürlich hier die Frage an der Stelle. Machen wir das erst mal so. Hier kommt natürlich auch noch Glas da rein. Ja, jetzt müssten wir ja natürlich theoretisch. Jetzt ist natürlich... Ja, wie machen wir es? Das ist jetzt die Frage. Wegen Leiter und nach oben. Und wie hoch denn überhaupt? Jetzt sind wir bei 198. 98. Ha. Lässt sich jetzt natürlich schwierig abschätzen, weil wir jetzt ja keine Zwischenböden mehr reinmachen. Aber wir gehen jetzt wirklich nur noch straight nach oben. Müssen uns jetzt aber... Na gut, mit 30 Leitern kommen wir natürlich jetzt auch noch nicht so weit. Hätte fast noch ein paar mehr sein können. Könnte mir notfalls noch eine Werkbank zaubern hier oben, weil das Holz brauche ich jetzt anderweitig erst mal nicht mehr. Äh... Ja. Das ist jetzt erst mal wirklich die Frage. Ha. Also zunächst beleuchten wir die Geschichte mal. Außen binde ich hier ein bisschen mit Fackeln. Wieder die Ecken vom Zaun. So wie wir das unten auch immer gemacht haben. Ich würde jetzt mal ganz kurz, weißt du was, ich reiße mir nochmal ganz schnell ein Loch hier rein. Und gucke mal, ob das mit der Außenwand geklappt hat. Sieht aber erstmal gut aus. Die sind jetzt alle aus Beton. Nicht mehr Trockenbeton. Passt also wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt und gewünscht. Ja, jetzt brauchen wir trotzdem einen Plan. Weil wir haben ja jetzt nicht mehr wirklich viel Fläche, um uns hier drin zu bewegen. In diesem kleinen Rechteck. Wenn das jetzt hier die Treppe ist, ne. Weil selbst das hier ist eigentlich schon fast too much. Ich würde das hier tatsächlich mal so zumachen von außen auch. Kann ja hier nochmal mit dem Eimer lang gehen. Innen drin, das sieht man sowieso nicht. Ich ist jetzt vielleicht sogar verschwendete. Ich meine, wie gesagt, bis hoch habe ich sowieso keine großen Illusionen. Aber man könnte das, was man jetzt innen, obwohl, ne, das sieht man von der anderen Seite. Ja, gut. Naja. Dann ist es auch egal. Wegen dem einen Block mehr oder weniger. Stellen wir uns jetzt hier nicht auf den Kopf. Dann können wir es auch zumachen. Da wird es bestimmt auch wieder Kommentare geben. Ey, du hättest das doch so und so machen können. Ja, habe ich aber jetzt nicht. Ich mache das jetzt erstmal so. Das hier zu. Das hier zu. So, hier. Ja, anders geht es tatsächlich nicht. Hier, das sieht jetzt auch ein bisschen geschossen aus. Aber können wir es tatsächlich erstmal nicht anders bauen. Ich hätte das jetzt hier gar nicht zugemacht. Aber da hätten wir auch die Treppe verschmälern müssen. Sonst passt das hier nicht hin. Das ist also jetzt erstmal der Kontext. Ja, jetzt sind wir hier. Und jetzt müsste ich, ja, wenn ich jetzt mit der Leiter aber hier entweder da oder dort kann ich ja eigentlich fast nur so machen. Erstmal nach oben gehen. Weil ich muss ja dann auch wieder safe nach unten kommen. Weißt du, das ist das ganze Thema. Leitern sind ja sowieso nicht so best friends gerade. Ich würde es aber mal, pass mal auf, ganz einfache Sache. Ich mache mir mal hier einfach so, weil ich das jetzt erstmal nicht brauche. Ich mache mal hier mein Auffangbecken. Na gut, das ist jetzt ja gut. Können wir dann aber abtragen. Haben eine Spitzhacke dabei. Dass ich dann von oben runterspringen kann. Im Bedarfsfall, wenn das jetzt hier nicht so funktioniert. Da kann ich jetzt nämlich erstmal nach oben bauen. Ganz stur. Unabhängig wie viel Blöcke. Das spielt jetzt keine Geige. Ja, kann ich tatsächlich erstmal kann ich tatsächlich erstmal jetzt nach oben gehen. Komplett. So, dann müssen wir uns hier natürlich jetzt auch gleich nochmal was einfallen lassen. Bezüglich ja, hier, dass ich sage, keine Ahnung. hm, also ich würde dann schon durchgängig Glas machen. Das ist kein Thema. Aber da würde ich jetzt hier über der Tür natürlich auch mit Glas weitermachen. So erstmal. Ich mache das jetzt erstmal hier im Zweiermodus. Da kommen wir, glaube ich, ganz gut. Drei würden, glaube ich, auch gehen. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, das Problem, dass uns dann der Beton auf jeden Fall ausgehen wird. Der reicht dann nicht mehr bis ganz nach oben. geschweige denn auch das Glas wird dann wahrscheinlich irgendwann alle sein. Also, eins, zwei, drei. Das geht, ne? Genau. So, ziehen wir uns hier das Glas mal nach vorne. Können wir das erstmal mit verjubeln. Und machen das erstmal so. Wie gesagt, so weit wie wir kommen. Und dann müssen wir eh wieder Material beschaffen. Also dann brauchen wir auf jeden Fall noch Trockenbeton, weil ich dann für die Spitze ganz oben auch noch was brauche. Und dann ist es aber eigentlich recht schnell erledigt, die ganze Sache. Und dann brauchen wir uns da auch keine Gedanken mehr drum machen. Äh, so. Ich bin natürlich trotzdem sehr vorsichtig jetzt hier. Ein Absturz wäre nicht empfehlenswert. Brauchen wir nicht. Aber es wird jetzt, wie gesagt, Glas und betonmäßig doch noch ganz schön Materialien verschwenden. Aber Holz brauchen wir zumindest keins mehr. Diese Zwischenetagen, die können wir uns hier jetzt gelände gesagt wirklich sparen. Die brauchen wir in keinster Weise mehr, weil wir jetzt hier mit der Leiter echt nur noch nach oben gehen und dann war es das auch schon. Aber eben, wie gesagt, auch ein bisschen mit berücksichtigen, wie hoch gehen wir denn überhaupt. Machen wir mal so bis 270 so vielleicht. So, jetzt habe ich hier. Wollte ja mal ein Dreier hochgehen. Das passt ja. Machen wir mal so bis 270 beziehungsweise so weit, wie wir jetzt erstmal kommen. Dann können wir ja auch erstmal von unten gucken, wie es denn dann aussieht. Ja, und dann notfalls weitermachen. So, eins, zwei, drei. Mal sehen, was zuerst alle ist. Wahrscheinlich das Glas. Da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir das hier innen drin auch noch ein bisschen beleuchten dann. Muss ich nur mal schauen, wie ich das am blödesten anstelle. Man hätte natürlich jetzt auch sagen können, ja, man macht das in so und so vielen Abständen jetzt, baut da irgendwo noch eine Fackel mit rein. Hätte man aber da unten tatsächlich schon anfangen müssen. Weil ich weiß nicht, ich meine, ich kann jetzt zwar erstmal hier in mein Behelfsbecken springen, muss ich ja auch. Weil ich jetzt eh keine Leitern angebracht habe. Das kann ich ja aber noch tun. kann ich von hier aus, ja, kann ich, kann ich sicherlich. Müsste man sich jetzt vielleicht nur so ein bisschen bei Abschnitte stecken, dass man sagt, jetzt so zehn Blöcke oder was. Weiß nicht, geht das so auch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zack. Darüber kommen wir jetzt nämlich schon wieder nicht mehr. Das hätte man tatsächlich erst machen müssen. Ich werde nicht darüber kommen. Ich will ja auch nicht irgendwo fallen. Äh, ja, oder, weißt du was? Ach komm, weißt du was? Wir haben es doch. So. So. Das ist jetzt der 10er. So. Hier drüben auch noch eine. So. Passt auch. Geht auch. Machen wir es so. Wahrscheinlich stelle ich mich gerade wieder dummer an, als es notwendig wäre. Aber hey. Gut. Ja, jetzt machen wir hier unten natürlich auch welche hin. Dann sind die da oben eigentlich schon wieder fehl am Platz. Äh, ja. Wenn wir hier welche machen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da ist das die achte, da ist da nämlich eigentlich Fackel, 8, 9, 10, so machen wir das einfach, komm, so, dann stimmt es wieder. Gut, haben wir erstmal zumindest ein kleines Prinzip, dass das hier oben jetzt nicht gerade im Dunkeln versiebt und jetzt kann ich erstmal mit der Leiter nach oben gehen, dann kann ich wieder abzählen. Ich hoffe, dass ich das zumindest dann noch hinkriege, hier muss ich jetzt auch aufpassen, natürlich, dass ich nicht beim Leiter verlassen über das Ziel hinaus schieße, wird auch noch ein bisschen tricky. So, kann ich das jetzt überhaupt zählen, 1, 2, 3, 4, 5, sind das 5, so, das heißt 6, 7, 8, müssen wir uns mal merken und in der nächsten Folge geht es dann nämlich hier an der Stelle weiter, macht es erstmal gut.